Meine Klasse plant eine Verpflichtung der Klassenfahrt nach Österreich. Ist die Teilnahme erlaubt, da Österreich ja ein Kofferland ist und Urlaub an solchen Orten ist ja verboten. Was hat mit Kofferland zu tun jetzt und Urlaub an dir? Du bist doch in Kofferland hier in Deutschland. Was ist das für eine Begründung? Ich dachte, man wird mir die Frage stellen, darf man allein reisen? Darf man dort übernachten? Sollte man zur Klassenfahrt oder nicht? Aber diese Begründung, Österreich ist Kofferland und was ist Deutschland? Ist es Moomininland, Janik?